Ich bin vor kurzem einem Künstler begegnet, der fantastisch spülen malt und ich habe ihn gebeten, mein neues Tourplakat zu entwerfen, Stars on 88. Und weil es ja mit Pop-Songs zu tun hat, habe ich gedacht, Pop-Art könnte auch ein Stilmittel sein, um dieses Gemälde irgendwie zu entwerfen. Und wir können mal ganz was gucken. Es hängt nämlich hier und er hat es großartig gemacht, wie ich finde. Stars on 88, sogar mit meinem Konterfeil groß drauf. Und das knallt richtig schön, ist toll geworden. Marcel Kimbel heißt der Mann.